Jolo, mein Name ist David Natho und ich grüße euch zu einer neuen Folge von Skawas mit Disprix zusammen. Das Video geht jetzt los. Auf einmal live, glaube ich. Neun Sekunden geht die los. Wir hören das Stöhnen von Swiss. Alles klar. Sorry. Ja, nichts schlimm. Oh, jetzt schon? Boom, ich habe eine Digahose. Ich habe auch drei Dias, die ich dir droppen kann. Ich habe auch eine Eisenhose, die ich dir droppen kann. Du kannst die Dias wieder abbauen. Derzeit loote ich die Kiste. Oh, ich bin fast voll Dias. Ich brauche nur noch die Brust, glaube ich. So, da hast du drei Dias und hier in der Mitte ist ja auch nur einer dran. Dann kriegst du hier sogar auch einen Stick zu gestreut und dann hast du ähm. Ah, kriegst du das, das auch noch. Und dann kriegst, glaube ich, eine Brustplatze zusammen. Ich kann nur aus Eisen eine machen. Die ersten geht schon in die Mitte, die zweiten dann neben uns auch. Kommst du? Hörst du mich noch? Ja. Gut, gut. Du hast nur dich jetzt hingebaut. Zu unseren Gegnern. Kommst du? Ja. Da. Ich habe eine Digahose. Ich bin voll Dias. Ich auch. Läuft auf jeden Fall die Sonne mal besser. So, hm. Ich habe einen Gap und ich habe Spinne zu. Ich habe 21 TNT. Ich habe einen Ender Pearl und Wirftrunk der Heilung. So, und was lädt bei mir gerade? Wenn doch ein Wiesolett ist. Ist ja nicht, äh. Ne, die Aufnahme läuft gut. Ist ja interessant. Ach so, du bist ja gerade drunter sprungen. So, den Wasser einmal baue ich, falls ich mich wieder zum Cross-Safe. Alter, gehen gerade fällig in die Mitte. Die kicken wir locker runter, oder? Kicken wir den Typen locker runter? Na, fuck. Kicken wir nicht. Aber aus der anderen Richtung kommen jetzt auch welche. Hm. Ich habe noch 3 TNT hier. Ja, ne, ich habe 21, aber. Ja, ich brauche das nicht. Ja gut, dann brauchst du es halt nicht. Die betteln sich da jetzt gleich bei denen auf der Insel, äh. Hast du eine Ender Pearl? Ne, habe ich nicht. Wenn das würde ich sagen, wir werfen die Rebound-Missions dort bis hier hin. Einmal was ich habe. Was für unser Vergnügen, gleich wie sie das bauen könnte. Hast du ein Spinnennetz, Svenja? Gib mir das morgen bitte 1-2 Stück. Habe ich die wieder aufgesandert? Ne, ne? Wir stehen halt dort. Wir sind halt besser equipped, aber der hat, glaube ich, einen Gold-Appel, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Gold-Appel und eine Ender Pearl. Achtung, die kommen. Die mal weg. Komplett sinnlos, aber. Lass mal ein bisschen Platz zum Kämpfen mal da vorne. Ne, so. Äh? Guck mal, die da hinten fliegen. Die checken vielleicht nicht, dass da irgendjemand hinter hinkommt. Mit Eddas Lüge. Der ist halt richtig vorbei. Alle beiden Vorsicht, das brennt. Ähm. Süß, der Trif ist on fire. Ja, hier haben wir gerade auf irgendwen gewartet, der links erwartet. Hier. Andere Seite wäre Wasser. Ja, gut. Ähm. Kommt hinter uns? Ne. Hm. Hm. Hier ist es noch mehr TNT und noch mehr Spinnnetze. Ich snackte die Eiskalt weg, aber ja. Du brauchst du nicht mehr, ne? Oh, Alter. Wäre das jetzt ein richtiges Loch gewesen? Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, ob hier schon jemand lang ist, wir können einfach mal gucken, aber die haben sich scheinbar in die Mitte gepurlt, ne? Ich hab Eier. Zwei Stück, um genau zu sein. Ich glaub, hier ist noch keiner lang. Du rennst halt in die komplett andere Richtung. Äh. Sorry. Ähm. Ich war erster, ich bin vor grad. Ja, aber ich bin in die andere Richtung gerangen. Jetzt hier würde ich mich auch in der Oberperl und den einfach mal so fixen. Ja, aber es ist nur einer? Ja. Kriegst du's hin? Probier's einfach. Er baut grad ab. Mordkart ziemlich am Rand, die hat es gleich wieder ab. Probier's. Äh. Schaufel schneidet. Der hat zu besser sie kürb. Ja, aber der ist gerade an der Kiste, zum Beispiel. Da geht, glaub ich, auch noch an die andere Kiste. Ich baue mich jetzt an den Rand. Das heißt, der wird auf mich wahrscheinlich fokussen. Ja. Easy. Sag ich doch. Äh, da sterben grad auch noch zwei weitere. Oder? Ne. Nur ein weiterer. Äh, so, hier ist noch TNT und halt da drin. Nice. Schärfung Rückstoß 1. Jetzt sind noch mehr TNT, ich hab drei TNT. Äh. Äh, ich bin voll enchant, aber ich könnte mir hier Dings hier entsch... Ähm. Hier sind noch zwei TNT. Ja, gut. Hier sind noch vier TNT, die habe ich mir mal gesenkt. Äh. Jetzt könnte ich mir hier Schärfe 1, ich könnte mir jetzt Schärfe... Hast du irgendwie noch Level-Fläschchen? Scheiße, hat die ganzen Dias abgebaut. Ähm, ich hab noch 7 Dias, weil sie dir haben möchte. Ne, ich baue ja... Also Dias brauche ich nicht mehr. Ich hab... Warte, ich hab zu wenig Level. Ähm. So, das kann ich jetzt hier einfach mal alles runterspülen. Dann esse ich mich hier auch einmal voll. Dann können wir mal hier kurz den Combust anschmeißen und gucken, wie die nächsten Gegner sind. Das bist du. Ja. Das ist mein nächster Gegner. Bist du. Auf jeden Fall. Hm. Ja, nice. Nächste Runde was... Ich will jetzt miteinander fight, oder wie? Genau. Nein. Es lebt... Es lebt nur noch einer. Der ist exakt da genau andere Seite, glaube ich. Hm. Lass mal rumlaufen. Ui, hier sind... Hier sind noch mehr TND. Oh. Gott, du blöder, du, 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 du kranker. 41. Noch mehr TND, noch ne Schuze 1-Frost-Platte. Dann kriegst du den Slack doch voll. Warte, warte. Hier sind auch nur 3 Stück drin, ey. Oh, die One-Stack-TND-Tallenge. Ach, Mann. Hier ist ja eine Erfahrungflasche. Vielleicht bringen die TND... Ah. Genau da drüben ist die Person, ist der Spieler. Ich will jetzt nicht... Ja, soll auch machen. Du hast doch Eier. Ja, das auch. Aber... Ich weiß, was ich noch habe. Ich habe 41 Dinge. Mach dir. Werf noch kein Eier. Hahaha. Was hat der Eier? Er macht viel bessere Stuff. Ja, und wenn er uns mit der Angel rundhaut, dann wird er trotzdem tot. Er hat... Ach, er hat diese effizient Spitzhacke. Er hat aber auch ein Verzauber, dass dir das Schwert. Das war so klar. Hat er eine Angel? Ja. Au revoir. Und das? Mann! Ich habe einfach nur einen Dill. Ich habe 5. Geh, geh. Guck mal. Weißt du, was ich jetzt noch mache? Geh runter, mein Weg. Das ist mein Weg, nicht deiner. Ja, gut. Ähm... Weil das... Das Game jetzt mal gut war, mache ich jetzt sogar mal eine Abmoderation. Aber 3 Uhr sage, cheerio. Tag wirst du sie. Tag? Hey, du hast sehr. Eernst. Vielen Dank.